Wir haben den Gold neben uns. Und dann Moinzen zum Hinrunden-Fazit. Hier am Weihnachtswochenende, deswegen hoffe ich, dass ihr hattet und noch habt. Schöne Feiertage mit der Family, klare Geschichte. Bevor wir hereinkommen, Christmas came early bei mir, habt ihr in der Instagram-Story vielleicht gesehen, da bin ich recht aktiv geworden mittlerweile, bockt sich echt. Wir haben den Gold neben uns. Grund, der gute 0711-Design. Dann kam auf mich zu und hat gesagt, ey, Kollege, ich habe mal bei dir reingeschaut, da fehlt doch was an der Wand, da ist doch noch Platz für was, oder? Such dir mal eins raus, habe ich getan. Wie gesagt, es gibt noch viele andere Designs, checkt den Kollegen unbedingt ab. Schöne VfB-Design, schöne Displays. Und bei mir war die Auswahl klar, also Maxim war noch im Gespräch, so ein bisschen mein Gedanken, aber dass da der Förster kommen muss, war klar. Und der Kollege hängt jetzt hier schön in den Videos, in den Streams, hängt er hier drin. Sehr, sehr geile Aktion. Und wir schauen uns zuerst mal einfach ganz trocken auf die Tabelle. Was ist faktisch passiert? Wo stehen wir nach der Hinrunde? Platz 16, Relegationsplatz, 17 Spiele, 4 Siege, 5 Unentschieden und 8 Niederlagen. Dabei 22 zu 31 Hütten, damit minus 9 im Torverhältnis. Mit 31 Toren sind wir die viert schlechteste Defensive, also 31 Gegentoren. Nur noch schlechter sind Gladbach, Berlin und Fürth. Das ist nicht so geil. 22 Tore, die wir geschossen haben, heißen für uns Platz 12 im Ligavergleich. Ja, ein Punkteschnitt, 17 Spiele, 17 Punkte. Heimtabelle, Platz 14, 11 Punkte aus 9 Spielen geholt. Da haben wir 3 Siege in Unentschieden und 5 Niederlagen. Und da auch Minus, Minus 2 Tore. Auswärts genau das gleiche Bild auch, Platz 14, 6 Punkte aus 8 Spielen. Das ist ein Sieg auswärts, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen. Minus 7 Tore. Die Liga ist wahnsinnig eng beieinander, wenn man generell auf die Tabelle drauf guckt. Platz 17 und Platz 10 trennen halt einfach nur 6 Punkte. Das sind dooflich 2 Spiele. Hinter uns ist noch Bielefeld auf Platz 17. Die kommen aber ran, 1 Punkt weniger. Und Fürth, gut, 18 haben 5 Punkte. Die sind ein bisschen abgeschlagener. Vor uns haben wir Augsburg, 1 Punkt Abstand. Gladbach hat 2 Punkte vor uns. Wolfsburg und Bochum beide 3 Punkte vor uns. Und die Hertha hat 4 Punkte vor uns. Also tabellarisch ist sowieso, wir haben noch 17 Spiele zu spielen, eine ganze Rückrunde zu spielen. Aber auch von dieser Enge in der Tabelle ist noch All to play vor. Absolut alles geht noch, jeder Spieltag ist ein Sprung drin. Schauen wir uns ein paar Statistiken an. Hier vom Kicker Torjäger. Da kommt der Erste im Ligavergleich auf Platz 31 von uns. Also da ist es Konstantinos Mafropanos. 4 Hütten. Danach kommt Kempf mit 3 Toren. Und der erste Stürmer quasi ist Agadoui mit 2 Toren. Das haben noch mehrere bei uns im Team. 2 Tore. Beim Thema Scorer kommen bei uns 2 direkt hintereinander quasi, weil sie beide 5 Scorer haben. Platz 51 und Platz 52. Das ist erstmal Marmusch. 2 Tore, 3 Vorlagen und auch Dinos. 4 Tore und halt noch eine weitere Vorlage. Ganz interessant wird es zum Thema Topspieler. Also die Durchschnittsnote beim Kicker. Wie viel man davon halten will, ist immer die Frage. Aber da ist tatsächlich auf Nummer 1 Florian Müller. Ist der erste VfBler auf Platz 64. 3,27 im Schnitt bekommen. Feldspieler ist der erste Mangala auf Platz 100 mit einer 3,46. Dann kommt Dinos auf Platz 111 mit 3,53. Ein bisschen höher war es bei der Laufleistung. Da haben wir Endo auf Platz 6 mit 183 Kilometern zurückgelegt in 17 Spielen. Als Mannschaft allerdings auf Platz 15. Nur Bochum, Leipzig und Wolfsburg sind da Schwächer. Gewonnene Zweikämpfe, wieder Endo am Start. In Bundesliga Platz 3 auf dem Treppchen mal. Mit 215 gewonnenen Zweikämpfen an der Zahl. Habe noch weitere Statistiken rausgesucht zu quasi vereinsinternen Top-Werten. Und eben dann im Liga-Vergleich, unser Globo im Liga-Vergleich. Es sind viele verschiedene dabei. Deswegen gehe ich auf jedes einzelne Eintritts. Dann fand ich nur, dass zum Beispiel Müller und Kobel beide in der Hinrunde 50 Torschüsse abgewehrt haben. Wenn man mal auf alle unsere 19 Spiele guckt, wir hatten noch zwei Pokalspiele mit dabei. Habe ich mal so ein bisschen einkategorisiert. Einkategorisiert quasi in gut, war okay und eben einfach schlechte Spiele. Liefer jetzt nicht zu jedem Ding eine Begründung, aber ich gehe mal durch. Klar, 0-6 im Pokal, weitergekommen beim BFC Dynamo. Klare Geschichte. Der vierte Heimsieg war stark mit 5-1. Hoffenheim 3-1 besiegt. Auch das Gladbach 1-1 war gut. Auch BVB, auch wenn wir da verloren haben, werte ich das 2-1 dort als gut. Ist auch ein bisschen einfach, wie ist man aus dem Spiel rausgegangen. Wie hat man so das Gefühl, die nächsten Tage, auch mit dem Blick auf die Tabelle gerade am Ende der Hinrunde, so ein bisschen eingeordnet. Mainz 2-1 wichtig war der Heimsieg und auch in Wolfsburg haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. 0-2 gewonnen. Ein Thema okay, da habe ich mal Freiburg reingepackt, weil einfach diese geilen zwei Hütten dabei waren. Aber halt die zweite Hälfte war dann halt wieder nicht okay. Also schwierig, aber ich wollte es nicht in schlecht packen. Frankfurt Unentschieden okay, Bochum Unentschieden okay. Union war auch kein gutes Spiel, aber dieses Erlebnis, dieses Fahr hier Hütte hat es auf ein Okay hochgewertet, quasi ein bisschen ins 1-1. Und selbst die Bayern, 0-5 klingt komisch, aber auch das war für mich okay. Bis eben auf diesen kurzen Einbruch in diesen fünf Minuten, wo wir drei Hütten kassiert haben. Schlecht logischerweise, wir sind bleibt 16, sind dann noch ein paar mehr Spiele dabei. Leipzig 4-0, klare Geschichte. Leverkusen 1-3, so ein bisschen als Sinnbild für diese oftmals einfach enttäuschenden zweiten Halbzeiten. Da ja auch, war eine Überzahl. Trotzdem nichts draus gemacht, keinen Punkt mitgenommen. Pokal gegen Köln war absolut krampf anzugucken, war ganz schlimm. In Augsburg vor Ort gewesen ist 4-1 mit das schlechteste der Hinrunde. Biele fällt dann auch noch im selben Zeitraum zu Hause 1-0 verloren, geht auch gar nicht fit. Hertha 2-2, ja, ne, ergebnismäßig können wir uns auch ein Okay packen, weil es ist ein Unentschieden. Aber ey, du führst da 2-0, Heimspiel und alles. Du gehst einfach mit dem Gefühl raus, hättest du verloren im Spiel. Ist einfach so. Und auch Köln war jetzt zum Schluss dabei. Auch in Köln haben wir das 1-0 verloren. Und das war jetzt vom Spiel her 0-0, deswegen kann man es auch ein Okay her reinpacken können. Also vom Spielverlauf her war es eigentlich 0-0, wäre nicht modest. Aber was als absoluten schlecht reinwertet, ist eben, dass das kein Spieler, ich habe es im Vlog ja auch gezeigt, kein Spieler zum Jahresabschluss von Auswärtsblock ist. Alle waren weg und das, also schlechter geht es nicht mehr. Was ich auch noch machen wollte, was ich interessant finde, ist der Vergleich zur letzten Saison. 17 Spiele gespielt, auch da natürlich, 22 Punkte. Das heißt, wir hatten 5 Punkte mehr und damals waren wir damit Platz 10, statt eben jetzt Platz 16. Es waren 5 Siege, 7 Unentschieden, 5 Niederlagen und eben auch vor allem im Torverhältnis lief es besser. 32 Tore, 27 Gegentore, auch nicht geil, aber du warst halt plus, plus 5. Heimtabelle war 15. Da war ja alles noch quasi, alles Geißerspiele, fast. Wir hatten, glaube ich, zwei Heimspiele mit diesen 8.000, 9.000 gegen Freiburg und Leverkusen. Und auswärts, da waren wir halt, da waren wir die Könige, zweiter Platz auswärts. Interessant, damals Köln war 16. mit 15 Punkten. Mainz und Schalke waren dahinter ja recht abgeschlagen. Dann Schalke hat es nicht mehr gereicht, aber die Mainzer sind nochmal ordentlich nach oben gekommen. Und damals, wie gesagt, absolut nicht vergleichsweise diese Hinrunde. Nicht zu vergleichen, die Ausfälle, Probleme drumherum. Corona-Fälle, alles, das kann es nicht vergleichen. Und letzte Saison war es so ein absolutes Shooting-Star-Team direkt nach dem Aufstieg. Und da hast du gesagt auch nur 5 Punkte mehr, die du auch in dieser Hinrunde hättest holen können. Wie gesagt, Bielefeld, Augsburg, Berlin, auch in Köln und so Geschichten. Da hättest du überall Punkte mitnehmen können, um eben gefühlt auf demselben Stand zu sein, obwohl diese Hinrunde ganz was anderes war. Zur Hinrunde gebe ich euch auch noch 5 Abstimmungen mit quasi oder 5 Community-Tab-Einträge quasi, wo ihr drunter kommentieren könnt. Logisch, auch unter diesem Video, klar, könnt ihr kommentieren. Da ist es nochmal ein bisschen gesammelter, die einzelnen Geschichten. Spieler der Hinrunde, Spiel der Hinrunde, Moment der Hinrunde. Note für die Hinrunde ist interessant, finde ich auch. Und eben Saisonprognose, tabellarisch gesehen, wo wir am Ende landen, bleibt man drin oder eben nicht. Ist ja die Hauptfrage bei uns. Da gehe ich quasi in meine eigene Meinung rein. Wie war die Hinrunde für mich so? Relegationsplatz ist nicht geil. Klare Geschichte, ist nicht geil, aber ist für mich auch kein Untergang. Also man steht jetzt mit 17 Punkten okay da, gerade nach so einer Hinrunde. Wie gesagt, wir haben es oft genug gesagt, es geht nur noch auf den Sack mittlerweile zu hören. Wir hatten Verletzungen, aber es war halt einfach so. Wir hatten Verletzungen, Corona-Fälle. Auch dieses Hoch und Runter von Fans, mal da, mal mit Ultras, mal ohne Ultras. Auch Unruhen im Verein hatten wir auch noch die Kleinen da. Weiß ich, ob es so oft die Mannschaft abfärbt. Aber da war halt viel in dieser Hinrunde, war viel drin, viel drin gepackt. Ich erinnere zum Beispiel an die 14 Ausfälle waren es, glaube ich, rund um das Augsburg-Spiel. Das ist krank. Von Beginn an haben auch die Top-Spieler Karlajcic und Siddarski. Karlajcic ist quasi der Kölner Modest gewesen in dem letzten Auswärtsspiel. Der fehlt uns halt, dieser Unterschiedsspieler vorne drin. Denn dazu, darf man auch nicht vergessen, wir hatten Abgänge. Und zwar wichtige. Kobel, rein von der Mentalität her, absolut wichtiger Abgang oder schlimmer Abgang so gesehen. Castro, der jetzt bei Biedelfeld ist, war auch sehr wichtig fürs Spiel. Und auch in González war da vorne nicht unerheblich, dass wir den hatten. Die sind alle weg und konnten mit dem Budget auch nicht 1 zu 1 ersetzt werden bisher. Trotzdem, das klare Ziel Karlajcic ist in Reichweite. So ist es ja nicht. Ich glaube, weiter fest daran, dass wir drin bleiben werden. Gleitisch kehrt zurück, du kannst jetzt keine Wunder von dem erwarten. Mal gucken, wann er in die Startelf kommt und wie viele Kurzansätze erstmal. Ähnlich auch bei Siddars, aber sie sind zurück. Und wir wollten mal hoffen, dass die Rückrunde nicht so läuft wie die Hinrunde. So rum in Sachen Ausfällen. Also sowas kann normalerweise hoffentlich nicht nochmal passieren. Und selbst wenn es passieren würde, wären wir bei 34 Punkten. Also wenn wir quasi nochmal so eine Rückrunde spielen wie eine Hinrunde. 17 plus 17 sind wir bei 34 Punkten am Ende der Saison, nach 34 Spieltagen. Das hat auch in den letzten 4, 5, 6 Saisons, hat es immer mindestens für den Legationsplatz gereicht. Und eben in den meisten Fällen sogar direkt für den Klassenerhalt. Also selbst das, selbst damit würdest du drin bleiben, wenn du nochmal so eine Runde spielen würdest. Dazu sollte man ja meinen, dass eben mit dieser Kaderstärke alle wieder da sind. Oder hoffentlich keine krassen Verletzungen mehr kommen. Jetzt gerade in der Winterpause, dass eben der Kader quasi steht zu Rückrundenbeginn. Dass man dann mehr Punkte holt. Man darf sich halt nicht das leisten, was du in der Hinrunde geleistet hast. Diese dummen, direkten Duelle da unten im Abstiegskampf zu verlieren. Das ist das Bielefeldding gerade zu Hause. Das ist Augsburg aus. Das waren diese zwei verschenkten Punkte gegen Berlin. Das ist auch ein Köln-Spiel. Solche Geschichten. Auch Bochum auf dem Plattenabstiegskandidat oder vor der Saison auf dem Plattenabstiegskandidat gewesen. Jetzt natürlich ein Punkt in Bochum verhältnismäßig okay für die Tabellensituation. Weil sonst musst du auch in der Rückrunde wieder auf irgendwelche überraschenden Siege hoffen. Sich auf die verlassen. Und so weit darf es halt nicht kommen. Das Gute ist ja auch hier, die Fans, würde ich glaube ich mal generell einfach so sagen, sind nicht in Untergangsstimmung so. Es ist keiner, der sagt, oh Gott, wir steigen ab. Matarazzo raus, wenn raus. Das passiert nicht. Überhaupt nicht. Das muss man für sich nutzen. Sowas wie in Köln. Ich habe schon mal angesprochen vorhin. Doppelt hält besser und ist auch extrem wichtig, finde ich. Sowas darf nicht nochmal passieren. Ich meine, wir haben gerade sowieso Geisterspiele. Eh keine Fans, wo sie hinlaufen können. Aber sowas wie in Köln darf nicht noch einmal passieren. Dass die Spieler nicht zu den Fans laufen. Sowas, das ist ein ganz, ganz übles Zeichen. Das geht überhaupt nicht. Wichtig ist ja auch direkt schon das erste Spiel. Das erste Rückrundenspiel. Das Spiel mit direkt in Fürth. Das ist ein absoluter Pflichtsieg. Den musst du holen in Fürth. Muss. Klare Geschichte. Weil danach kommt direkt wieder eine schwierige Phase mit Leipzig zu Hause und dann Freiburg aus. Also wir haben ja quasi so gefühlt ein Spiel, wo man mitnehmen kann und dann wieder zwei Spiele, wo es schwieriger wird. Wir haben ja einen recht ausgeglichenen Spielplan, wenn man das so sagen kann. Deswegen, es wird eine alles andere als einfache Rückrunde. Ganz klare Geschichte, aber ich bleibe fest der Überzeugung, dass wir drin bleiben. Ab in die Kommentare mit euren Meinungen zur Hinrunde, ab in die Abstimmungen rein. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.